Wer seinen Videos einen besonderen Kick verleihen will, der kann das mit Filmora relativ einfach tun. Und wie genau man das macht und welche Vielfalt an Möglichkeiten es da gibt, das zeige ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen auf dem deutschsprachigen YouTube-Kanal von Filmora. Damit wir die Sticker überhaupt nutzen können, müssten wir natürlich erst einmal dafür sorgen, dass wir entsprechende Medien in unserem Projekt importiert haben. Wie man Medien importiert, habe ich bereits in einem anderen Video gezeigt. Hier in meinem Beispiel beschränke ich mich auf eine Foto- und eine Videodatei. Es soll ja schließlich bloß ein Beispiel sein. Nachdem ich die Medien in meine Timeline gezogen habe, kann ich mit der Bearbeitung beginnen. Oben links über der Medienübersicht seht ihr das Sticker-Symbol. Mit einem Klick auf dieses Symbol öffnet sich die wie bereits aus dem Effekte- und Filterpanel bekannte Strukturierung und aufgeräumte Oberfläche auf der linken Seite. Hier ist alles schön nach Kategorien sortiert, um möglichst schnell das zu finden, was man sucht. Über der Medienansicht erreicht man ebenfalls eine Suchmaske. Hier kann man auch einfach einen Begriff seiner Wahl eingeben, um dann den passenden Sticker zu finden. In meinem Fall gebe ich jetzt hier als Beispiel einfach mal Herz ein. Und schon werden mir zahlreiche Herz-Sticker angezeigt. Diese sind sogar zum größten Teil animiert, wie man es hier in der Vorschau sehen kann. Vielleicht habt ihr auch gerade eben erkannt, dass einem, sobald man in die Suchmaske klickt, eine große Auswahl an Trends und die zuletzt gesuchten Verläufe angezeigt werden. Das macht es teilweise noch einfacher und schneller, das zu finden, was man braucht. In unserem Fall schauen wir uns innerhalb der linken Spalte den Bereich Sticker einmal etwas genauer an. Die enorme Vielzahl an Stickern hatte ich ja bereits erwähnt. Doch Filmora selbst markiert in regelmäßigen Abständen auch immer mal wieder Neuheiten oder, wie hier aufgeführt, etwas ganz Besonderes, wie hier jetzt Valentinstag, auch wenn der schon eine Weile her ist, oder die Kategorien Memes. Diese werden dann mit dem kleinen Zusatz New oder Hot gekennzeichnet. Klicken wir in unserem Beispiel mal auf Memes und schauen, was Filmora uns hier anbietet. Und ja, wie soll es anders sein? Es sind Katzensticker. Die dürfen selbstverständlich nicht fehlen. Nehmen wir mal direkt hier den ersten Sticker, die kämpfende Katze. Diese kann ich mit einem Klick auf das Pluszeichen direkt an die Stelle meiner Abspielposition ins Projekt einfügen oder durch einen einfachen Drag & Drop an die Stelle platzieren, wo ich sie haben will. Durch einen Klick oben links auf die kleine Lupe kann ich mir sogar ähnliche Sticker anzeigen lassen. Und mit einem Klick auf das Sternensymbol kann ich mir diesen Sticker dann zu meinen Favoriten hinzufügen, sofern ich diesen Sticker vielleicht öfter nutzen möchte. Die drei Punkte oben rechts innerhalb meines Vorschaufensters zeigen mir durch einen weiteren Klick übrigens weitere Details zum ausgewählten Sticker, falls das für den einen oder anderen interessant sein sollte. Okay, gut, aber was mache ich jetzt mit diesem Sticker und wie gebe ich dann damit meinem Bildmaterial diesen besonderen Kick? Schauen wir uns dazu einmal innerhalb der Timeline unser erstes Beispiel an. In diesem Fall unser Foto, welches ich mir mal eben hier ein bisschen länger ziehe. Der Katzensticker liegt auf der Ebene darüber, welches dafür sorgt, dass die Katze auf meinem Foto liegt. Sobald ich den Sticker innerhalb der Timeline angeklickt habe, kann ich diesen auf der rechten Seite im Bearbeitungsbereich nach meinen Wünschen anpassen. Hier kann ich über die Skalierungsregler zum Beispiel die Größe des Stickers beeinflussen und den Sticker auf meinem Foto ganz einfach mit der Maus an die Stelle setzen, an der ich ihn haben möchte. Legen wir die Katze einfach mal hier oben auf die Kante des Gebäudes ab. Jetzt haben wir eine kämpfende Katze auf dem Dach. Super einfach und super schnell. Wir können den Sticker sogar noch in seiner Farbe bearbeiten und so dafür sorgen, dass er besser zum restlichen Bild passt. In meinem Beispiel jetzt hier übertreibe ich das mal ein wenig mit der Farbe, damit ihr diesen Effekt hier besser erkennen könnt. Im Großen und Ganzen können wir uns den Sticker so anpassen, dass er optisch mit unserem Foto verschmilzt. Okay, das war schon mal nicht schlecht, aber wie machen wir das, wenn unser Bildmaterial sich bewegt? Auch das ist ganz einfach. Schauen wir uns dazu ein zweites Beispiel an, indem ich hier einfach in den Feuerwerksbereich reingehe. Hier nehmen wir ebenfalls einfach den ersten Sticker, der uns hier angeboten wird und ziehen diesen über unseren Clip innerhalb der Timeline. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, den Sticker in seiner Farbigkeit und Größe anzupassen. Letzteres macht hier jedoch in unserem Beispiel am meisten Sinn. Ich kann die Größe des Stickers übrigens auch einfach mit der Maus ändern. Dazu greife ich mir einfach eine der Ecken und ziehe diese auf die gewünschte Größe. Danach einfach den Sticker an die Position legen, an der dieser sein soll. Zack, fertig. Und klar, am helllichten Tag ein Feuerwerk macht natürlich keinen Sinn, soll aber ja auch bloß ein Beispiel sein. Ihr seht also, wie schnell und wie einfach man seinen Foto- oder Videodateien mal eben schnell den gewissen Kick verleihen kann. Investiert man ein bisschen mehr Arbeit und gibt sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe, kann ich die Sticker sogar mit Keyframes an die jeweilige Position im Bild tracken lassen. Aber abgesehen von der Vielzahl an Effekten, Filtern und Stickern, bietet Filmora darüber hinaus auch noch eine ganze Menge an Stockmedien. Und was man damit alles machen kann, das zeige ich euch in einem weiteren Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.